hallo und willkommen zurück zu seven days to die zusammen mit dem sammy ja und zwar auch wieder dabei genau und wir haben heute eine ganz große aufgabe vor wir wollen den wir müssen den die mauer fertig machen die mauer und eine brücke und die steine klopfen und ich habe eine schattgang ist das nicht der hammer und die stahl pickaxe genau dann schaue ich mal was die jetzt weghaut hier genau das muss ich auch mal probieren ich möchte vor allem muss ich noch ein bisschen schaufeln gehen ich muss schaufeln gehen also mit einem schlag machst du 150 ungefähr weg von der haltbarkeit und vom stein ich höre einen ich höre jemanden bist du ich nein ich höre ich höre jemand hast du wieder jemand eingeladen nee eigentlich nicht aber also die stahl pickaxe ist ja da war ja ich probiere mal zwei schuss ich wollte es mal probieren ich musste drei schuss okay ist das dabei stimmt kopf schießen müsste man können na gut ich bin das zimmer lieber nicht also jetzt bauen wir richtig schnell ab jetzt müssen schade dass wir da keine schaufel daraus machen können vielleicht muss dann noch was lernen also ich kann es bis jetzt nicht mist da war doch schon wieder jemand ich höre euch doch das ist nee das gefällt mir nicht so wie viel ich habe jetzt schon über 1000 steine ja super der kurzen zeit ja und claim fehlt das auch noch ein bisschen klein soll ich lieber clay machen wo sind die denn ich habe da gerade jemand gehört ich habe nämlich keine lust hier zu schaufeln und dann ja dann schaufel ich und du pasch auf mich auf bin ja bei der stahl schaufeln natürlich auch geil ja das wäre natürlich nicht schlecht wir haben noch so viel vor wir wollen auch noch einen garten tja aber dafür müssen wir erst mal die bude ein bisschen sicherer haben dass ich würde sagen ich helfe dir jetzt ein bisschen hier beim schaufeln gibt er dann das klei und die steine also ich könnte ja mal noch ein paar dings hier machen wie heißt sie wieder am schaufeln schon wieder schmutzige fingern man meinen eile noch machen und dann hole ich noch ein bisschen holz und dann versuche ich mich mal an der brücke also soll man die aus holz das können wir gut das können wir gerne aus holz oder auch aus kabel sturm und das ist gar nicht ziemlich ja und es fällt um einiges billig ja das stimmt also nicht macht die man das holz das ist einfacher dann will ich sagen denn da sondern nur wir überlaufen und nicht die besucher nicht so der plan zumindest so ist der plan so ich habe jetzt mal ein bisschen wieviel habe ich denn 500 reichte das erstmal das ist schon mal nicht schlecht wo bist du das so halt wir haben es neu angelockt weil das server darum genau stimmt war mal genau so jetzt pass auf du dadurch jetzt gleich de jetzt genau genommen 500 hast du jetzt da dann gehe ich schon mal holz holen noch ein bisschen genau und ich mache ich kann auch mal noch ein paar bäume pflanzen ich hau immer 949 stück nicht schlecht also steine kann ich dir auch noch geben wenn du die braucht ja immer okay moment ich komme noch mal ich habe ja 1000 stück also mit der stahl dings hier dauert es echt nicht lang wo ist er denn auch da in seinem loch da guckt er in seinem loch so zauber aufpassen wieder wissen da was ich ja zack tausend steine nicht schlecht das geht jetzt relativ schnell so das läuft so das läuft ich muss das ein bisschen hier einigermaßen gerade bauen man will ja nicht hier ständig in löcher fallen so und wir haben gesagt von der hügelseite machen wir die dann probiere ich das mal habe ich hier schon mal weiß wie viel wir da jetzt brauchen mal hier anfangen da müssen wir das müssen wir zack so der baum stört noch der baum muss leider weg und ich weiß immer noch nicht warum bei mir in der mitte maus zeige ist ich kriege nicht weg nur falls sich die zuschauer wundern irgendwie na gut hat er heißt ja nicht heißt ja nicht dass es eine aufnahme drin ist sieht aber so aus wenn ich meinen zweiten bildschirm guckt naja gut dann haben sie den extra zeiger daran auch nicht schlecht so wie viel habe ich denn jetzt da habe ich noch eine ganze menge sagt die kräften wir auch noch mal 9 und leines werden was nein nach mir ist gerade meine konstruktion zusammengefallen passiert sowas auch das ist also nicht wie mein kraft wo man alles bauen kann ohne irgendwie physik das hat schon gewisse physik hier ich meine das ist ja nicht schlecht also das muss ich mal sagen er ist hier ständig aus der pustel naja gut ich meine wenn man alle nachsagen stirbt ist ja kein wunder das sieht ja ganz schlecht aus ich sollte nicht von so hoch weil oben runter springen so tada level 22 ist gar nicht so einfach die brücke zu tun nicht so wie geht es mir eigentlich müsste ich was essen das geht ehrlich ein schlückchen trinken könnten so das ist doch gut wenn wir haben reichlich bier ne aber das ding aufheben für unsere ausflüge hätte ich gesagt nein aber ich habe meinen fuß gebrochen nee aber wir haben ja verwandt brückenbau ist gefährlich jetzt geht doch da hoch ist schon eine schöne medien muss ich sagen also das möchte ich den halben berg weggegraben ja vielleicht finde ich auch bleibe da das kann natürlich eigentlich muss ich ja bis nach dem buch gegraben ja da ist der zahl dass du genau du machst ja den du machst ja den die brücke jetzt ich versuche kannst du den anfang ja mal anschauen ach da hinten da ist dabei ja siehst du das sieht doch gar nicht schlecht aus und die lücke da würde ich halt lassen dass wir darüber springen genau das wäre eine gute idee dass die drüber kommen so habe ich mir gedacht ja genau dass wir dann irgendwie auf dem dach so eine kleine plattform oder irgendwas machen müssen wir aber auch wegen der stabilität aufpassen ach siehst du das hast du gar nicht gewusst das habe ich dir schon mal gesagt also hier kommt man gut rüber auf jeden fall jetzt weiß ich natürlich nur nicht ich jetzt von ein vogelnest ich habe ein vogelnest und da sind sechs sechs federn drinne nehmen wir alle mit so so 30 können wir uns so bauen nicht wollen so wie sind wir denn hier gegangen das klappt doch gar nicht mal schlecht nicht mehr das ist echt blöd gerade wir können auch quer und so nach ein bisschen nach vorne vielleicht so da müssen wir hin so hier muss ich erstmal die spitzen noch mal abbauen die müssen wir nachher wieder setzen halt ich brauche jetzt platz so habe ich ein bisschen was hier müsste noch was oben drauf so so das hat jetzt dahin eventuell dabei dahinten so na gut so ungefähr dann fühlen wir den ganzen röntgen mal auf ja na ja gut auf geht's das ist ich bin gerade bisschen ruhig ich muss mich hier konzentriert dass mich das wieder runter haut jetzt baut doch hier ich sehe schon pass mal auf dann kommen die jungs an und reißen die dinge auf die seite oh dann bin ich aber stinkig dann bin ich stinkig wenn die das jetzt gleich auseinanderreißen kriegen sie auf die nase dann baue ich mir extra ein schletzschämmer nur damit ich die verhauen kann reicht das aber runter gefallen nee aber fast tot verdammt ein leben noch das ist nicht viel ich sollte nicht mehr irgendwo runterspringen nee das wäre nicht gut da unten muss ich dann noch mehr ran da unten muss ich dann noch mehr ran ähm na komm schon hier jetzt komm gib mir den Punkt genau eins zwei so so eine bandage hilft aber schon einiges muss ich sagen bringt was ne bringt was also die heilbandage halt so haben wir jetzt kein Holz mehr oder was jetzt habe ich kein Holz mehr aber ich müsste noch steine also steine habe ich auf jeden fall noch holz nein nicht abstürzen alles gut ähm ich tue mich hier nochmal durchschlagen kurz oder kommt und hier werde ich aber runter springen können oder jo hast du schon die komplette Mauer zu ne noch nicht gut ne ne noch nicht noch nicht ganz musst du dann auch von außen zu machen ne ähm ich nehme den nochmal weg komm schon lieber auch raus weil sonst kommst du ja nicht mehr hier raus wenn du hier zu machst komplett stimmt hier ist ein kleines Loch dann setze ich dir auch wieder so hol ich noch ein bisschen Holz und dann können wir Spikes setzen und sowas noch genau hat mein Typ Hunger kann das sein nö dann gehts eigentlich gut so innen rein es ist echt ein Abtier gerade noch das alles schön hinzubekommen ja ist ja auch ein Stück Arbeit ist ja nicht so dass das ne so so das hätten wir jetzt gefällt mir nur nicht das hier unten aber ich bin tot nein was hast du gemacht? vom Dach gesprungen aber das war gar nicht hoch naja man springt ja auch nicht vom Dach ne das war aber nicht hoch na dann brauchst du wie es nicht weit laufen ja das war ein Mist das war doch jetzt echt nicht hoch wieder ausrüsten ähm so warte mal ich hab hier noch paar Skillpunkte Mining Tools äh 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 so pick up pick up das ist das nämlich da weiß man nicht wohin damit so ich die Brücke ist fertig super also wir kommen jetzt auf jeden Fall hier hin dann soll ich vorne schon rausschlagen das äh äh die Tür ja mach die schon mal dichter genau du hast du noch ähm rüber frames und bissl cobblestone dass wir hier gleich zumachen können ja das können wir gleich machen so dann haue ich die Tür noch schon raus hier so eine Stufe weg hat die Haut richtig rein die Stahlpickers da so also hier ist auf du musst du müsstest es nur noch zumachen ja ja ich mach das erstmal hier fertig ich wollte das eigentlich fertig machen erstmal hier weil Steine müsste ich genug haben ja ich hab locker genug Steine ach reich noch fast für eine zweite Wand kannst du ja bauen dann werd ich noch ähm Spike setzen brauchen wir auch ganz dringend so hier gleich ist sie fertig noch zwei Stücks so die Mauer ist fertig super haben wir heute ja richtig was geschafft hier hier ist noch ein Felsen der muss mal kurz mal beseitigt werden Alter das Ding ist ja nicht schlecht sag ich doch Hammer also Axt äh Pick Axt dieser Stahl ja die kann was ne ich setz hier erstmal noch so ein paar Spikes hin innerhalb wir müssen dann auf jeden Fall noch außerhalb auch noch einen Haufen setzen ja 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 aber so dass wir da nicht rein rennen ja das ist ja direkt direkt eine Mauer ran ja genau da laufen wir ja nicht mehr normalerweise aber ich hab jetzt glaube ich einen Fehler gemacht oder ne ich komm raus ich hab mich ah ne ich komm ja hier auch noch rein du hast hier noch nicht zugemacht weg weg ich kann es auch mit Holz erstmal zumachen auf jeden Fall ist hier auch mordsmäßig Eisen in dem Stein drin ja soll ich das erstmal mit Holz zumachen ja mach mal mit Holz zu erstmal die sollten ja nicht so schnell da rankommen ne eigentlich nicht ja aber die Folge ist schon wieder am Ende ich seh schon das ist ja sollte es vielleicht mal reinkommen über ja vorne ich will mal ich mach das noch kurz weg hier und dann will ich mal über die Brücke laufen ja genau deswegen ja mal sehen ob sie bei dir auch hält was soll das heißen ne ja beim schwer nein aber also wer soll das dann da drüber laufen lassen empty ein Bär soll ja auch nicht rüber laufen ja du hast auch schon Bären eingeladen zu uns ja das stimmt die ist ja nicht sehr breit ne und jetzt sollen wir da rüber springen ja das geht doch wunderbar sehr schön was ist denn hier abgeflammt ja das weiß ich auch nur das also wir sollten hier echt ein bisschen was dran machen an dem Ding ja das können wir alles noch aber jetzt müssen wir halt erstmal auf die Sicherheit gehen das heißt noch mehr Spikes setzen das wäre eigentlich das was wir jetzt machen sollen aber das schöne ist der die Mauer ist fertig also die ist einmal drum rum und einmal dicht da kann wissen keiner rein super so bist du drin? na gut wenn sie auf dem Stein rauf klettern dann kommen sie vielleicht rüber hm gut okay dann ja das sag ich mal mach ich mal die Tür auf ja mal rein so das mit der Mauer müssen wir eh noch verbessern also das ist schon nicht schlecht aber wenn wir die Hörmacher eigentlich und dann noch so 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 was ran dass die Spiders so ein bisschen drüber klettern können irgendwas mit Eisen oder irgendwas mit Pixen da oben drauf oder was weiß ich aber jetzt reicht sie erstmal auf jeden Fall genau okay ich sag dir mal vielen Dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 days to die wieder bis dahin ciao 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 ciao